Herzlich Willkommen hier zu 3Core. Ich bin euer Floschi und präsentiere euch das Spiel Need for Speed im Let's Play und im Part 34. Da haben wir auch schon das Rennen. Das war Radarfalle. Alle Fahnen sind die Abkürzungen hier. Das ist nur der Ernst jetzt hier. Ich darf auch sagen. Aber ich krieg das. Denk ich. Die Abkürzungen hier. Achtung, nordöstliche Streife. Wir haben einen Notruf bezüglich eines Code 6 Fahrers. Zunächst gesehen, in östlicher Richtung auf der Abkürstelle. 40 km aufzuholen. Einheiten bitte melden und zum Einsatzort aufzurechnen. Wir mochten 10. 1. 2. 3. 5. 5. 6. 6. 7. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. Die Polizei wieder auf dem Radar und nicht wegen mir. Doch, jetzt. Klasse. Hey, ich hab sogar gewonnen. Fass. Lüste sich weit. Einheiten auf dem Weg zur Code-3-Verfolgung. Der Verdächtige wurde zuletzt gemeldet in östlicher Richtung auf der Abfahrtstadion. Alle Straßen in seiner letzten bekannten Fahrtrichtung werden abgesperrt. Einsatz ist weiterhin Code-6 und wird auf TLC-3 koordiniert. Zentrale, hier Charlie-15. Bestätige Anfrage für Sperrung. Nähern uns Code-6 vom Nordwesten. 3.68. Haben wir eine Meldung in eurem Sektor? Ich kann warte. Ich kann... Oh, 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 oh. Oh, der blinkt auf bei der Licht. Hop, hop, hop. Ge-schafft. Ey, gut gefahren. Würde jetzt gerne Razors Gesicht sehen. Mach weiter so. Rockport ist nah. Ich muss los. Jo. Wollen wir mal auf die Karte gucken. Gehen wir da ja theoretisch runter zum Rundkurs. Wir fahren zu einer Radarfolge. So, da sind wir dann wieder hier oben. Und das nächste Rennen. Und zwar wieder ein Radarfall. Ach, erstmal Luft holen hier. Mercedes, Audi, Porsche und Fiat. Audi zieht gut weg. Mercedes hängen hinterher. Jetzt riech aber halb so schlimm. Geh! Mercedes-Benzürger und Ver69-Dier her. die Hände. Die Hände. Sieg. Sieg. Oh mein Gott, wie viel 50 kamen? Naja, okay. 51, um genau zu sein. Was mach ich denn noch? Und deswegen noch das letzte. Wir fehlen das so auf 100 EKMH. Das kann ich gleich mal anfangen. Durchs Dritte. Neustart bei dir. Die Aufmerksamkeit. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das war's von Part 34. Weiter geht es mit Part 35. Untertitelung. BR 2018